Ihr hört ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet Unverträglichkeiten auf die Schliche kommen. Was sind FODMAPs? Leidest du an Verdauungsstörungen wie plötzlich auftretenden Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen oder sogar einem Reizdarm, Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa? Dann könnte das an Lebensmittelunverträglichkeiten liegen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind leider keine Seltenheit mehr. Immer mehr Menschen haben damit zu kämpfen und laufen erfolglos von einem Arzt zum anderen. Währenddessen geht der Krieg in deinem Bauch unaufhörlich weiter. Wenn dein Arzt dir eine Nahrungsmittelunverträglichkeit bescheinigt, könnten dafür sogenannte FODMAPs verantwortlich sein. Hinter diesem lustigen Kürzel verbergen sich fermentierbare Oligo-, Di-, Monosaccharide und Poliole. Zu ihnen zählen kurzkettige Kohlehydratverbindungen wie Fruktose, Fruktane, Laktose, Galaktose sowie die Zuckeraustauschstoffe Xylit, Sorbit und Maltit. Wer sich schon einmal mit Zutatenlisten auf Lebensmitteln beschäftigt hat, weiß, dass genau diese Stoffe sehr häufig enthalten sind, gerade in sehr hochverarbeiteten Lebensmitteln. Das FODMAPs-Konzept basiert auf Untersuchungen von australischen Wissenschaftlern, die daraus eine Diät entwickelt haben, die bei den eingangs genannten Beschwerden sehr positiv wirken soll. Mittlerweile ist die Wirksamkeit in zahlreichen Studien belegt worden. Das Prinzip dahinter basiert auf der Erforschung von der Verdaubarkeit der FODMAPs und den bereits vorhandenen Erkenntnissen zur Reizdarmerkrankung. Gerade bei funktionellen Darmerkrankungen wie Reizdarm und chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa wirkt eine FODMAPs-reduzierte Ernährung deutlich besser als bisherige Ernährungsempfehlung. Schauen wir uns einmal an, was genau da in deinem Darm passiert. Alles, was du isst und trinkst, landet erstmal in deinem Magen und später im Darm. Die FODMAPs werden aufgrund ihrer Beschaffenheit aber im Verdauungssystem kaum resorbiert. Sie verfügen deshalb über eine verstärkte osmotische Aktivität. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie verstärkt Wasser in den Darm ziehen und so beispielsweise zu einem dünnen Stuhl führen können. Deutlicher gesagt, sie verursachen Durchfall. Wenn du einmal besonders viel Kaugummis mit Zuckeraustauschstoffen gekaut hast, dann wirst du bestimmt diese Wirkung bereits am eigenen Leib gespürt haben. Außerdem werden FODMAPs aufgrund ihrer langen Aufenthaltszeit im Darm von den dort vorhandenen Darmbakterien fermentiert. Dabei entstehen Gase und du leidest unter Blähungen. Den Prozess des Fermentierens kennst du sich ja von einigen fermentierten Lebensmitteln, wie beispielsweise Sauerkraut, koreanischem Kimchi oder auch dem Teegetränk Kombucha. Um herauszufinden, worin überall FODMAPs in welchem Umfang enthalten sind, gibt es im Internet zahlreiche Listen, die sich leider auch oft genug voneinander unterscheiden. Auch dass in den meisten Lebensmitteln gleich mehrere FODMAPs enthalten sind, macht die Ursachenforschung für deine Probleme nicht gerade einfacher. Schauen wir zuerst auf die Gruppe der Monosaccharide, also Einfachzucker. Diese FODMAPs findest du besonders in Früchten wie Feigen, Äpfeln, Birnen, Datteln und Wassermelonen. Aber auch Süßungsmittel wie Honig und Agavendicksaft sind reich an Monosacchariden. Auch die nächste Gruppe, die Disaccharide, sind häufig in deiner Ernährung zu finden. Hierbei handelt es sich um Zweifachzucker wie Laktose. Laktose als Milchzucker ist logischerweise in Milch, Joghurt und Weichkäse zu finden. Lange gereifte Käsesorten wie Hartkäse sind in den meisten Fällen Laktosefrei, weil die Laktose im Lauf des Reifungsprozesses abgebaut wird. Die nächste Gruppe FODMAPs sind die Oligosaccharide. Diese Mehrfachzucker finden wir verstärkt in Gemüse und Getreide. Zu ihnen zählen Galaktane, Fructane, Inulin und FOS. Sie finden sich in höheren Mengen in Knoblauch, Lauch, Frühlingszwiebeln und Zwiebeln, Topinambur, Spargel, Schwarzwurzeln, Artischocken, Yakon, Hülsenfrüchten und besonders glutenreichen Getreidesorten. Als letzte FODMAPs-Gruppe hätten wir noch die Polyole, also Zuckeraustauschstoffe und Zuckeralkohole. Dazu zählen Sorbit, Manit, Xylit, Erythrit und viele mehr. Zu achten gilt es also auf viele hochverarbeitete Produkte, wo diese Stoffe zugesetzt werden. Das können Light- und Diätprodukte sein, aber auch Kaugummis und Softdrinks. Sogar einige Obstsorten enthalten Polyole, so zum Beispiel Birnen, Äpfel, Pflaumen und Aprikosen, die als besonders sorbitreich eingestuft sind. Hast du den Verdacht, dass du mit diesen Stoffen Probleme hast und willst herausfinden, ob die FODMAPs die Verursacher sind, dann könntest du einmal eine FODMAPs-Diät ausprobieren. Diese läuft wie folgt ab. Du praktizierst erst 6-8 Wochen lang die sogenannte Restriktionsphase. In dieser Zeit werden alle FODMAPs und auch Gluten komplett vermieden. In der anschließenden Reexpositionsphase werden nach und nach die unterschiedlichen FODMAPs wieder in die Ernährung aufgenommen. Pro Woche jedoch nur ein Lebensmittel, das man zweimal in dieser Woche in einer normalen Portion verzehrt. Ab diesem Zeitpunkt gilt es genau zu beobachten, ab wann Beschwerden wieder auftreten. So kannst du den Trigger für deine Probleme sehr zuverlässig ermitteln. Auf eigene Faust würde ich aber nicht raten, diese Diät auszuprobieren. Bitte mach das nur mit ärztlicher Begleitung oder unter Aufsicht von Ernährungswissenschaftlern, damit du keine Mangelsymptome bekommst oder andere Erkrankungen dadurch entstehen. Das gilt auch für alle anderen Diätformen, die ein radikales Weglassen bestimmter Lebensmittel erfordern, aber das nur als Randerwähnung. Aber wie kannst du überhaupt unterscheiden, ob du ein FODMAPs-Problem hast oder eine andere Intoleranz, wie beispielsweise gegen Fruktose oder Laktose? Vom Prinzip her unterscheiden sich diese Intoleranzen grundlegend. Bei Laktose- oder Fruktoseintoleranz sind die Enzym- und Transportsysteme im Darm geschädigt. Bei einer FODMAPs-Intoleranz ist das nicht so. Hier wirken andere krankhafte Veränderungen der Darmschleimhaut, wie typischerweise beim Reizdarmsyndrom. Diese Veränderungen sorgen dann dafür, dass die eigentlich gesunden FODMAPs nicht mehr vertragen werden. Das kann sich dann im sogenannten Leaky-Gut-Syndrom äußern, einer krankhaften Mastzellüberaktivität oder einer latenten Darmschleimhautentzündung. Eine mögliche Ursache für diese FODMAPs-Unverträglichkeiten kann unter anderem auch ein Nährstoffmangel sein, wie zum Beispiel ein Vitamin-D-Mangel. Auch Dauerstress führt bekanntlich zu Problemen im Magen-Darm-Trakt. Eine Stressreduktion und ein Nährstoff-Check beim Hausarzt sind also auch wirksame Optionen, um FODMAPs gegebenenfalls wieder besser zu vertragen. Das war mal wieder eine ganze Menge an Informationen und wie üblich fasse ich dir die wichtigsten Fakten der heutigen Folge noch einmal kurz zusammen. Erstens. FODMAPs steht für fermentierbare Oligo-Di-Monosaccharide und Poliole. Zweitens. FODMAPs sind Kohlehydratverbindungen, die in deinem Darm nicht so verwertet werden, wie es normalerweise sein sollte. Drittens. FODMAPs-Probleme äußern sich mit unterschiedlichen Magen-Darm-Beschwerden, wie Blähungen, Durchfall bis hin zum Reizdarmsyndrom. Viertens. Auch Erkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa können durch eine Reduktion von FODMAPs deutlich gelindert werden. Fünftens. Eine spezielle FODMAPs-Diät kann herausfinden, ob du tatsächlich mit FODMAPs Probleme hast oder unter einer anderen Intoleranz leiden könntest. Sechstens. Auch ein Vitamin-D-Mangel und viel Stress können FODMAPs-Unverträglichkeiten verursachen. Und siebtens. Bei einer bereits diagnostizierten Lebensmittelunverträglichkeit solltest du auch FODMAPs vom Arzt mit überprüfen lassen. Das war es auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen rausholen. Die nächste Folge trägt den Titel Entzündungshemmende Lebensmittel. Was kann unsere Nahrung wirklich? Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, welche Lebensmittel besonders starke Wirkstoffe enthalten, wie sie wirken und wobei sie dir gesundheitlich helfen können. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlaggebend.